Statt in der Stadt zu leben, würde es mir mehr gefallen, am Meer zu leben. Ich würde schöne Bilder malen und vielleicht mein eigenes Mehl malen. Doch immer wieder bedenke ich das Für und Wider. Es ist wohl wahr, dass ich immer schon ein Stadtkind war. Gut, eine Meisterin der Dichtkunst werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr, aber vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich einige Wörter benutzt habe, die gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Ein Zuschauer hat mich einmal darum gebeten, mal ein Video zu Wörtern zu machen, die die gleiche Aussprache haben, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben und auch unterschiedlich geschrieben werden. Solche Wörter nennt man übrigens Homonyme oder in diesem Fall genauer gesagt Homophone, weil sie gleich klingen. Und einige dieser Wörter habt ihr schon in der Einleitung gehört. Und das sind nur ganz wenige Beispiele. Nun, wahnsinnig viel gibt es zu dem Thema eigentlich nicht zu erklären und es wäre wirklich mühsam für mich und für euch, wenn ich jetzt hunderte Beispiele auflisten würde. Aber ein paar Beispiele möchte ich euch gerne zeigen und um eine Frage zu beantworten. Ja, diese Wörter werden wirklich 100% gleich ausgesprochen. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele zusammen mit der Lautschrift. Sehr häufig haben wir Wörter mit langen Vokalen, die dann unterschiedlich geschrieben werden. Zum Beispiel Lehren und Lehren. Einmal mit Dehnungs-H und einmal mit Doppel-E. Lehren mit H bedeutet, wie ihr wisst wahrscheinlich, so etwas wie unterrichten oder jemandem etwas beibringen. Daher kommt ja auch der Lehrer oder die Lehrerin. Und Lehren mit Doppel-E bedeutet, dass man den Inhalt von etwas entfernt, also das Gegenteil von füllen. Die Dozenten lehren in leeren Hörsälen. Auch am Wortanfang kann es oft unterschiedliche Schreibweisen geben, zum Beispiel sehr oft mit dem Buchstaben V. Der wird oft, nicht immer, aber oft wie ein F ausgesprochen. So haben wir das Beispiel viel und viel. Viel, kennt ihr alle, von viel Erfolg, viel Glück und so weiter. Und viel mit F geschrieben ist das Präteritum von Fallen. Letztes Jahr fiel viel Schnee. Ein Klassiker, bei dem auch viele Muttersprachler oft Fehler machen, ist seit und seit. Seit mit D geschrieben und seit mit T geschrieben. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir die Auslautverhärtung im Deutschen haben. Das bedeutet, dass wir das D am Ende wie ein T aussprechen. Daher kommen dann oft auch die Verwechslungen. Und seit mit D geschrieben ist die Form von sein, ihr seid. Und seit mit T geschrieben ist die Präposition oder Subjunktion. Kein Homonym übrigens in dieser Gruppe ist Zeit. Da müsst ihr genau aufpassen, das Z wird hier wie T und S zusammen ausgesprochen. Ihr seid schon seit langer Zeit hier. Vielleicht fragt ihr euch, ob es manchmal zu Missverständnissen kommen kann in der gesprochenen Sprache, weil wir dann ja den Unterschied nicht lesen können. Normalerweise wird das dann alles im Kontext klar, aber so können wir jetzt zumindest in der Schriftsprache die Unterschiede genauer feststellen. Aber wie ihr gesehen habt, kommt es andererseits dadurch auch zu Rechtschreibfehlern. Und ich möchte euch gerne noch ein paar weitere Fehler zeigen. Einer davon ist IST mit einem S und IST mit Doppel-S. Also einmal von dem Verb SEIN und einmal von dem Verb ESSEN. Und noch ein Beispiel. Seite und Seite. Seite mit EI und Seite mit AI. Der Diphtong AI wird meistens mit EI wiedergegeben, aber manchmal auch mit AI. Und die Bedeutung der Seite mit EI kennt ihr alle. Zum Beispiel kann man die Seite 10 in einem Buch aufschlagen. Und die Seite mit AI ist ein Strang an einem Instrument, zum Beispiel bei einer Gitarre. Und es gibt so eine Redensart, die heißt Andere Seiten aufziehen. Jetzt werden aber andere Seiten aufgezogen. Auch hier kommt es ab und zu mal zu Fehlern. Aber damit sind die Seiten gemeint, die wir an einem Instrument aufziehen. Und so übertragen wir das auf den Sinn, dass wir jetzt etwas drastisch verändern müssen. Und schließlich komme ich noch einmal auf Malen und Malen zurück, weil auch hier ab und zu mal Fehler entstehen können. Malen ohne H kennt ihr wahrscheinlich alle. Also wenn ich ein Bild zum Beispiel male. Und Malen mit H bedeutet, dass ich etwas mit einer Mühle zerkleinere. Ich kann also zum Beispiel mit einer Kaffeemühle Kaffee malen. Und das Sprichwort, wer zuerst kommt, malt zuerst, wird hier mit H geschrieben. Also fälschlicherweise schreiben einige das immer mal wieder ohne H. Das hat aber nichts mit Bildermalen zu tun, sondern im Mittelalter war es so, dass man unabhängig vom gesellschaftlichen Stand dann sein Mehl malen konnte oder sein Korn malen konnte, wenn man zuerst da war. Also der Bauer, der zuerst an der Mühle war, konnte auch zuerst malen. Welche Homophone kennt ihr noch? Da es wirklich unzählige Beispiele gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein paar Beispiele in die Kommentare schreibt. Gerne auch mit Bedeutung dazu. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, inzwischen ist mein Podcast online. Klar und deutlich. Wenn das Video veröffentlicht wird, weiß ich nicht, ob sich das Problem mit Apple inzwischen gelöst hat. Also seit sie von iTunes auf Apple Podcasts umgestellt haben, haben sie wohl einige Probleme damit, neue Podcasts zu veröffentlichen. Also ich hoffe, dass es da bald eine Lösung gibt. Ich bin dran auf jeden Fall. Aber ihr könnt euch meinen Podcast klar und deutlich gerne schon auf anderen Portalen anhören. Also vielen Dank. Ich schicke euch fröhliche Grüße und bis bald.